Hallo Leute, Ciao von Andraunga, nochmal Performance. Performance ist mehr als 50% im Monat möglich. Ich habe schon in anderen Ausgaben darüber gesprochen und ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht möglich. Man muss nicht denken, sich mit dem Trading zu beschäftigen, um so ein Ziel zu ergänzen. Das geht nicht. Also 50% im Monat ist eine Sache, die nicht machbar ist. Ich habe mein Problem, ich habe das geschafft. Und die Leute sagen, du hast es aber geschafft. Was ist das? Das ist eine Lüge, was du dort erzählst. Da muss ich ein bisschen erklären. Also ich habe ein neues Programm bei der Workout Advisor gestartet. Das ist so eine Art wie Mirror Trading, die in den USA stattfindet. Ich hatte schon andere Programme dort und ein neues für kleinere Konten um 10.000 Dollar nur. Das ist jetzt am Ende März ist mit Live Trading gestartet. Und wir sind am Moment, heute in diesem Moment ist es den 29. April nachmittags. Und das Programm ist fast 60% im Plus. Die Position ist im Moment offen. Also es könnte sich noch ändern natürlich. Das ist nicht wenig. Sicher nicht wenig. Aber ich muss dir etwas ein bisschen mehr zeigen, warum sowas passiert ist und ob das für mich, der Weltmeister, eigentlich normal ist, möglich ist oder nicht. Das zeige ich dir sofort. Ja, also was die Leute gesehen haben, ist hier die Workout Advisor Seite. Da habe ich einige Konten. Man kann runtergehen. Da gibt es alle die Advisor. Der Williams ist auch dabei. Und da bin ich auch. Das ist mein erstes Programm. Das ist US. Und dann gibt es ein zweites Programm. Hier unten ein neues. Micro 500. Das hat hier 43% verdient. Aber in der Tat muss man hier einloggen, damit man die Realtime Performance sehen kann. Hier sind zwei von den Programmen. Dieses Programm, Micro, ist jetzt 59% im Plus. Und es ist von 8000 auf 12.728 Dollar gestiegen. In einem Monat. Am 30. März habe ich angefangen. Das ist ein anderes Programm und das siehst du schon. Das hat eine höhere Equity. Aber im Moment ist nur 18% im Plus. Und das ist jetzt 3,61 Monate im Betrieb, im Live Trading. Also siehst du sofort, dass dieses Programm nicht so performant ist wie dieses. Und ich habe noch ein drittes, das älteste Programm. Das ist aber, ich weiß nicht warum, nicht in meiner Liste, sondern in der Other Advisors Liste. Und das bin ich mit dem East-West. Das ist jetzt schon 17 Monate alt und das ist 108% im Plus. Also im Prinzip, was kann man hier sagen? Dieses Programm hier scheint unglaublich gut zu sein. Aber sowas kann passieren. Es ist ja passiert. Das ist echt Geld, alle Gebühren abgezogen, echte Performance. Das ist aber einfach, das ist das Programm hier. Drei Strategien, die sind alle live. Und sowieso die obene Strategie hier, diese da, hat echt gut performiert in der letzten Zeit. Ich arbeite mit zwei Micro-Futures. Warum habe ich Micro-Futures gewählt? Damit das Programm mit 10.000 Dollar handelbar war. Mit den Micro-Futures kann man das jetzt sicher erlauben. Siehst du, hier ein schönes Gewinn. Hier ein schönes Gewinn auf der Short-Seite. Und dann zurück ein bisschen hier. Noch Gewinn, Gewinn, Gewinn. Also man muss ehrlich sagen, dass dieses Programm in der letzten Periode sehr gut gearbeitet hat. Aber das ist nicht, leider nicht die Normalität. Das Programm da ist, hier zwischen diesen drei ist, funktioniert gut, hat eine gute Historie. Aber das vor April ist eine Ausnahme, muss ich ehrlich sagen. Das zweite Programm hier habt ihr am Moment ganz wenig verdient. Aber hier will ich dir die Performance mal kurz zeigen, weil dieses Programm ist, diese Strategie ist wesentlich sauber. Die steigt regelmäßig. Die hat aber weniger verdient, sowieso im letzten Monat. Hier ist Monthly Period Analysis nur 600 Dollar, hier in zwei Trades. Und die arbeitet mit drei Micro-Futures. Also die oben hier ist die Strategie, die ungefähr den Unterschied gemacht hat, damit es so gut funktioniert. Es könnte auch verlieren. Nicht so viel, weil es Risikokontrollen gibt. Aber wie gesagt, ja, es ist möglich. Aber das ist in der Tat eine Ausnahme. Also ich komme nicht, das Programm zu verkaufen. Die Leute von Robins, die von der Work-Up, die machen das eigentlich. Aber ich komme nicht zu versprechen, das ist die Performance. Nein, das ist eine echte Performance. Aber ich würde niemals dieses Programm für diese Performance in einem Monat verkaufen. Das muss klar sein. Okay. Gut. Also, okay. Es ist die Tatsache. Aber wie gesagt, das ist nicht normal. Es wäre natürlich gut. Aber ich könnte niemals versprechen, dass man eine Rendite von 50% pro Monat schaffen könnte mit Durchtraining. Das geht leider nicht. Es kann einmal passieren. Es kann sogar noch mehr werden. Man kann auch mehr in einem Monat verdienen. Aber das wird niemals normal sein, weil es in der Tat ganz anders aussieht. Wie gesagt, will ich nochmal wiederholen, 30-35% am Jahr im Schnitt ist schon eine zauberhafte Performance. Die ist wirklich von den Besten. Und du kannst die anderen Videos hier im Kanal, hast du schon abonniert? Mein Kanal? Nicht? Dann ist es wirklich schlecht. Aber du kannst andere Videos sehen, wo ich mehrmals über Performance getroffen habe. Und ich habe immer erklärt, dass man nicht trauen muss um unglaubliche Zahlen. Alles, was du von mir hörst, von der Werbung aus, hat mit den Wettbewerben zu tun. Dort war alles extrem. 672% in einem Jahr. Toll, super. Ja, aber es war ein Wettbewerb, es war ein Contest. Dort ist das Risiko größer. In diesem Fall, bei der Workup Advisor, ist das Risiko nicht klein, muss ich ehrlich sagen, es ist nicht so klein. Man kann auch höhere Drawdowns erfahren. Aber es ist nicht so groß, natürlich nicht wie in einem Wettbewerb. Aber dieses Monat mit über 50% Rendite ist eine Ausnahme. Ich bin zufrieden, ich bin happy natürlich. Und ich bin auch happy, dass einige Leute dabei sind. Die haben das geschafft mit mir. Also das hat sehr gut geklappt. Aber wie gesagt, ich erwarte nicht, dass jetzt jeden Monat in diese Richtung geht. Es wäre super, es wäre gut. Vielleicht passiert es noch, vielleicht wird es noch besser. Aber das ist sicher nicht, was man versprechen kann. Beides. Beides. Echtes Wahnsinn wäre. Dieses Mal habe ich dir etwas über meine Gewinne gezeigt, aber du hast andere Videos gesehen. Ich habe auch verloren, ich habe auch Verluste gehabt, weil es immer Risiko gibt im Trading. Mein Trading Ansatz ist voll automatisiert. Ich habe dir ja gerade gezeigt, wie auf meiner Cloud die Strategien allein laufen. Falls du auch etwas mehr wissen willst, wie die ganze Geschichte funktioniert, da unten hast du einen Link, wo du dich anmelden kannst. Und das ist gratis, die Infos dazu bekommen. Dann kannst du etwas mehr wissen, wie die ganze Geschichte funktioniert und was die Ungar Academy anbietet. Das war es, Leute. Vielleicht war es kurz, vielleicht nicht. Ich hoffe, du hast es geholfen. Hast du auch Erfahrungen mit 50% am Monat? Schreibe es und dein Kommentar wird sofort gelöscht. Ich bin neugierig natürlich, ob es für euch ein guter Monat war oder ein schlechter Monat. Jetzt nach dem großen Absturz ist es wieder ein bisschen normal geworden. Wie war dein Trading? Und war es diskretionär oder autorisiert, kommentiere. Ich bin da. Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Oko.